So, willkommen zurück zur heute schon fünften Folge vom Cube World Let's Play. Und ja, letzte Folge haben wir ja ein bisschen sachter angehen lassen, ein bisschen entspanntere Folge gehabt. Wir waren ja hier unterwegs in der Badara-Plane, haben da nur ein Item gefunden, sind jetzt im Mount Teber, haben da nur ein Item gefunden. Und diese Folge wollten wir ja fighten. Und zwar einmal in der Mana-Pumpe und einmal in dem Forest hier. Und ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Und vorher, der Moment, auf den wir alle gewartet haben, der Hang Glider in der offiziellen Cube World Beta. PogChamp. Alright, auf geht's, warte. Und runter hier. Wir sind, warte, wir fliegen in die richtige Richtung, ne? Ja, okay. So, ein bisschen schräg nach hier. Okay, auf geht's. Oh boy. Na, die Landschaft ist nicht ganz so geladen, ne? An den Rändern, aber hey. Oh, du regenerierst sogar. Oder? Fäuste ich mich. Ja, guck mal, man regeneriert jetzt sogar. Das heißt, ich glaube, am Anfang will man sogar ein bisschen was usen. Also ein bisschen was wasting Energie. Und dann regeneriert man dann sogar über die Zeit so ein bisschen. Oh, das ist cool. Okay. Okay, das ist ziemlich cool gemacht. Warte, wir fliegen mal auf diesen kleinen Vorsprung hier und geben von da dann nochmal ab. Ich glaube, davon haben wir ein bisschen mehr. So, wir sind auch gleich schon da sogar. Also wir haben jetzt eine gute Strecke damit überbrückt. Okay, die Mana-Pumpe könnte verdammt schwierig werden. So, aber da hinten haben wir auch schon den Forest. Wenn das überhaupt ein Forest ist, aber ich gehe mal stark von aus, ne? Zumindest so aus. Aber ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher. Aber da gehen wir auf jeden Fall als erstes rein. Egal, was es ist. Ob es ein Forest ist oder ob es was auch immer ist. Ein Enchanted Forest, I don't know. Also, auf jeden Fall gehen wir da als erstes rein. So, oder? Ja, guck mal, das sieht doch schon besser aus. Ah, ne Grove ist es. Okay. Aber ne Grove kennen wir schon mal. Das Ding ist, das ist jetzt keine grüne mehr, sondern ne lila, ne? Aber sollte machbar sein. Ist auf jeden Fall, ähm, besser machbar als die Mana-Pumpe. Auf jeden. Der Boss könnte hier noch so schwierig werden, ne? Wenn die schon so viele Leben haben. Ich meine, mit denen hier komme ich jetzt klar, aber... Auch nur so gerade eben, praktisch. Ja, ne, guck mal, wir haben jetzt schon gegen den Zombie hier Probleme. Und dann stellt euch mal vor, das wird gleich ein Zombie-Boss hier. Bei der Grove. Okay, wir gucken mal. Wir schaffen das schon irgendwie. Aber guck mal, wir haben hier halt so eine Kombo aufbauen gegen den Boss, ne? I need your help. Ja, Kollege, ich bin doch schon dabei. Fight them, okay. Machen wir, ne? Ja, machen wir. Hm. Decker. Ich meine, es ist cool, aber können wir nichts mit anfangen. So was brauchen wir jetzt für einen Ranger. Ach, dude, geh mir doch bitte nicht auf den Sack. Ich hab's doch verstanden. Dude, du brauchst Hilfe. Unholy Pact-Followers have invaded the Grove. Ja, 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 fight them. Mach ich doch. Oder entspann dich, okay? Ich helfe doch schon. Oh, dahin ist der Boss. Ich sehe ihn schon. Gut, können wir ihn einfach töten. Können wir ihn einfach töten, ganz ehrlich. So, aber wir clearn nochmal eben alles drumherum hier. Dann würde ich auch schon sagen, können wir gleich den Boss machen. So, was hat er denn überhaupt für eine HP-Anzahl? Okay, warte mal. Er ist ein Warrior. Das heißt, wir können seinen Attacken einfach dodgen. Das ist schon mal gut. Oh, dude. Aber er hat einfach 16. Okay, holy shit. Er hat 16.000 Leben. Das heißt praktisch... Holy shit. Das heißt praktisch 16 oder sogar noch einen Tacken mehr um die... Keine Ahnung. Um die 20, 25 von diesen kleinen Viechern müssen wir gleich töten. Kommt Damage her. Okay, mache ich euch auf einen langen... Langen spannenden Bossfight gefasst, Boys. Aber ich habe Bock. Die Bossfights sind ja cool. Und dementsprechend wird auch der Loot dann gut ausfallen, ne? Du, ich bin auf jeden Fall pumped, aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Das wird ein gut schwerer Bossfight hier. Was vielleicht ganz nice wäre, wenn ich hier in der Nähe irgendwo noch schnell einen Shrine finde, wo ich respawnen könnte. Hier, warte, wir wollten doch hier noch was auschecken, ne? Hier, genau, diese weiße Säule. Was ist das hier? Das könnte wohl ein Shrine sein. Ach, guck mal, das hier ist sogar ein Shrine of Life, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar ein Shrine of Life. Das sieht von Weitem auf jeden Fall so aus. War das hier ein grünes Schimmern in der... Oh boy, wir haben Emerald-Ohr gefunden. Oh ja, entspannt, nehme ich mit. Auf jeden Fall, nice. So, gut, dass wir nochmal hingegangen sind. Wir haben noch Emerald-Ohr und ein Shrine gefunden. Es ist so sick. Vor allem jetzt bei Nacht, ne? Wenn dir der Shrine auch noch aufleuchtet. Oh, die shit, das ist cool. So, die Frage ist, machen wir noch kurz Tag für den Bossfight? Also, bei Nacht wäre er epischer. Aber bei Nacht sieht man auch dementsprechend wenig. Ja, ich glaube, wir machen nochmal kurz Tag, oder? So, und da sind wir auch schon wieder bei Tag in der Asano Desert. Auf dem Weg zur Grove, auf der Weg zum Boss. Oh boy. Ja, okay, wir clearen hier nochmal so ein bisschen die Area drumherum, dass wir nicht aus Versehen in die Guts reinlaufen, würde ich sagen. Weil je mehr Platz wir zum Bossfight haben, umso besser, weil wir halt sehr viel rumlatschen und sehr viel dodgen müssen auch, ne? Das heißt, jeden Gegner, den wir hier noch töten, erleichtert uns den Bossfight um einiges. Das heißt, wir machen das nochmal ganz kurz und clearen hier so ein bisschen. Wir werden dann wahrscheinlich hier in der Area die ganze Zeit kiten. Okay, den Djinn müssen wir töten, den werden wir aber niemals töten, weil er fucking legendary ist und 1300 Leben hat. Boy, vielleicht können wir ihn töten. Aber es wäre riskant, das zu versuchen. Aber dann hätten wir die ganze Area... Okay, wir versuchen den Djinn zu töten. Wir töten den Djinn und dann fighten wir den Boss. Und dann haben wir diese ganze Area, wo ich gerade rumlaufe, ne? Und haben halt null Gefahr, dass wir irgendwie in den Gegner reinlatschen. Hm, ich glaube, das wird schwierig hier. Ja, okay. Nee, kannst du knicken. Den Djinn kriegen wir nicht. Das ist zu kompliziert. Ich meine, der Djinn ist ja an sich halt schwächer, ne? Also der macht halt wahrscheinlich weniger Schaden und hat deutlich weniger Leben als der Boss. Aber der Djinn ist halt einfach ein Mage und du kannst die Abilities halt viel schwerer dodgen. Wir machen den Boss jetzt. Wir schnabulieren uns noch ganz kurz den Pot. Oh, wir können uns noch einen machen sogar. So. Was soll's, auf geht's. Oh, du, direkt nicht gestunt bekommen. Direkt mal zwei Hits kassiert. Oh, scheiße. Okay, das wird nicht funktionieren so. Äh. Ah, es ist halt maximal unangenehm, dass er die Dinger hier spawnen, ey. Wir lassen uns nochmal töten. Shit, ich hab den Anfang auch verkackt. Okay, der Boss wird fucking hart, ey. Der Boss wird fucking hart. Und das Ding ist, dass ich jedes Mal wieder hinlaufen muss. Ich hab halt so Angst, dass ich diese Grove gleich respawnen, ne? What? Gut. Please no. Aber ich glaub, es macht doch keinen Unterschied, ob wir den Boss jetzt hier zu dem Dude hinziehen oder nicht. Wir müssen den einfach selber fighten können. Weil der wird weder viel aushalten, noch wird der dem Boss groß Schaden machen. Okay, das ist auch schon mal Progres. Wir haben ihn jetzt gestunt. Das hab ich gerade zum Beispiel auch nicht hinbekommen. Jetzt können wir direkt Hitze aufbauen. Okay, ich denke, es ist obvious, ne? Aber ich werde dir wahrscheinlich nicht viel reden, weil... Dude, er haut halt echt schnelle Hits raus. Ich kann da nichts machen. Das kannst du halt knicken. Gut, willst du auch noch releasen jetzt? Oder willst du einfach nur noch blocken? Guck mal, wie schnell er attackt auch. Naja, da mach ich nix, ne? Er ist halt schon Warrior, ne? Und er hat so einen starken Attack Speed. Wir brauchen hier definitiv eine Planänderung. Vielleicht ist es der Boomerang. Vielleicht brauchen wir den Boomerang. Also, okay, folgender Plan. Wir ziehen ihn erstmal mit dem Bogen ran. Wenn er dicht genug ist, dann nutzen wir den Boomerang. Weil den Boomerang kann ich halt werfen und gleichzeitig von ihm wegrennen, so, weißt du? Und der Boomerang spinnt halt in ihm drin und macht ihm Schaden. So in die Richtung halt, ne? Okay, wir dürfen uns aber nicht viele Fehler erlauben. Wie soll ich den good fighten? Vielleicht von einer anderen Position oder wir müssen irgendwie, wirklich irgendwelche legendary Humans finden oder so? Ah, mir gehen halt so langsam die Ideen aus. Ich hab auch noch ne Potion of Power, die ich halt aber erst trinken will, wenn ich halt wirklich safe weiß, okay, wir haben jetzt ne, ne echt gute Chance, den Dude zu fighten halt. Das sieht ja gerade noch sehr mau aus. Oh, ich glaube, ich hab ne ganz coole Idee hier. Die Idee war halt irgendwie hier hochzuklettern, ihn dann von oben abzuschießen und sobald er oben ist, springe ich mit dem Glider runter. Und das dann halt die ganze Zeit im Wechsel so. Aber ich sehe hier gerade nicht mal ne Möglichkeit hochzukommen. Ähm. Entschuldigung, könnte ich irgendwie vielleicht... Äh. Oder was natürlich auch krass wäre, wenn der Boss halt zu uns hoch will. Oh, wie komm ich denn jetzt an den vorbei, ey? Dass wenn der Boss halt zu uns hoch will, dass wir ihn dann die ganze Zeit stunnen, dass er wieder runterfällt, ne? Praktisch, er geht hoch zu uns, wird gestunnt, fällt wieder runter. Geht hoch zu uns, wird gestunnt, fällt wieder runter. Trink hier aber mal noch nicht mein, ähm, mein Elixier. Ich will erst gucken, ob die Strategie hier aufgehen könnte. Gut, ich sehe ihn halt nicht, ne? Ha! Ich meine... Jetzt feiert er da unten meinen Collie. Ich kann ihn halt nicht abschießen von hier oben, ne? Das ist halt übel, Skuff. Also, ich meine, ähm... Er wird mir halt keinen Schaden machen. Aber die Frage ist, ob ich ihm Schaden mache, ne? Ich meine, die Strategie geht auf. Das doof ist, ich kann halt so keine Combo aufbauen. Und wenn er einmal nicht gestunnt ist, habe ich halt ein Riesenproblem, ne? Aber möglich ist es so. Wir machen ihn auf jeden Fall auf Schaden, ne? Ich glaube, er ist jetzt auch schon unter 16.000 Leben. Du, der spannendste fucking Bossfight-EOW, ey. Ja, 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 genau das meine ich nämlich. Jetzt haben wir hier die Scheiße. Okay, jetzt brauchen wir eine Planänderung, aber fix, ey. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Planänderung. Ist er runtergesprungen? Ich glaube... Nein, 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 nein. Oh. Okay, ich habe einen Plan hier, glaube ich. Wir müssen das nur smart spielen hier. Ich glaube, ich habe einen Plan hier. Uff, saved. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Oh, ich bin tot sogar. Shit, aber es hat echt lange echt gut funktioniert. Bloß irgendwann habe ich halt Pech und ich stun ihn nicht, ne? Und dann sterbe ich. Und jetzt sind hier halt überall Gegner. Jetzt kannst du es halt komplett knicken. Ja, das war es schon. Oh. Ich weiß nicht, wie wir das hier noch saven wollen, ne? Wir müssen halt vor allem wegrennen einfach eben. Und dann hoffen, dass der Boss nicht regeneriert. Oh, er hatte nicht mal regeneriert und ich habe ihn wieder gezogen, oder? Okay, rennen, 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 rennen. Vielleicht müssen wir wirklich die ganze Zeit zu ihm rennen, vor ihm wegrennen. Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Jetzt habe ich ganz große Scheiße gebaut hier. Oh. Nein, mein Kleider. Okay, aber er ist weg, er ist weg, er hat abgelassen. Okay, kurz essen, kurz essen. Okay. Der Fight ist insane. Aber vielleicht schaffen wir es so, vielleicht schaffen wir es so. Wenn er halt regeneriert, war es das, ne? Er hat noch nicht regeneriert wieder. Und wir dürfen jetzt halt nicht in den Djinn reinlaufen, der da links ist, ey. Okay, jetzt war es das jetzt. Nein, ich habe ja das Boot. Oh mein Gott, wir müssen einfach im Wasser fighten und die ganze Zeit mit dem Boot hin und her begewinnen. Gut, sein Ernst jetzt. So scuffed dieser Bossfight, ne? Das ist so ein Joke. Du, wenn es funktioniert, mache ich das noch eine fucking Stunde hier, all right? Catch me if you can, ey. Du, wie gut, dass wir dieses fucking Boot haben. Du, wie gut, wie gut, wie gut, wie gut. Aber jetzt können wir Schaden austeilen. Ich habe meine fucking Hit-Combo einfach verloren, ey. Ich fucking idiot. Aber wir haben wieder gut Schaden gemacht, wir haben wieder gut Schaden gemacht, alles in Ordnung. Los, nicht die Konzentration verlieren jetzt. Wir haben ihn hier, wir haben ihn hier. Wenn wir das Smart spielen, haben wir ihn hier. Wir haben ihn hier, wir haben ihn hier. Untertitelung. BR 2018 Okay. Na, nicht abhauen, Kollege. Ja, mein. Oh, mein. Gott, was war das für ein Fight, ey. So, wenn da jetzt nichts für mich bei ist, ne. Wenn da jetzt nichts für mich bei ist. Okay, wie viel Gold kriegen wir? Wir haben 634. Dude, holy shit. Oh, mein Gott. Okay, bro, es hat sich so gelohnt. Lion Shoulder Armor, Asino Desert, legendary, take it. Boomerang, legendary. Dude, take it times fucking 5, okay. Und ein Buch. Legendary Book of Crafting. Dude, Pogchamp und ein Dagger. Bro, whatever. You can now craft legendary equipment in the Asino Desert. Okay, ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann. Oh, Gott. Oh, holy shit. Okay. Ich hätte nicht gedacht, ich hätte legit nicht gedacht, dass wir den Fight noch hinbekommen heute. Bro, so gelohnt, ne. So, wir haben vernünftige Shoulder Armor jetzt. Was hatten wir da vorher? Da hatten wir vorher gar nichts, oder? Shoulder. Ah. Basically gar nichts, sagen wir so. Zack. Oh, guck dir den Unterschied an. 390 Leben, ja. 680. Ja, 690 fast. Und ein Glorious Wood Boomerang of Darion. Tanken wir, hm? Ich will den Boomerang hier mal austesten. Den haben wir uns verdient, den Boomerang, ja. Toch. Okay, ich wollte gerade nach dem Boss sagen, ich weiß nicht, wie wir die Mana-Pumpe schaffen sollen. Wenn wir bei dem Boss schon so gestruggelt haben. Aber, ähm. Ja, ich glaube, der Boomerang war hier die Antwort. Also, es war wirklich so, wie ich es gesagt habe, ne. Wir müssen einfach nur den Loot finden. Okay. Wir müssen einfach nur den richtigen Loot finden und mit dem wird es dann easy. Guck dir an, wie ich den Schilling hier wegbörse. Oh. Habe ich den Leftover hier irgendwann mal liegen lassen? Ich glaube nicht, oder? Okay, jetzt will ich es wirklich wissen. Jetzt will ich es wirklich wissen. Tja, der ist ja nix mehr, so'n Gin. Gut. Easy. Gut. Okay, wir sind... Holy shit, wir sind gut equipped. Wir sind fucking gut equipped. Okay, das war halt so wichtig, ne. Okay, ich darf jetzt nur nicht allzu cocky werden. Ich glaube, die würden mich da trotzdem noch easy killen, die Jungs, ne. Aber ich will es versuchen. Wir testen mal unsere Limits aus hier. Ich meine, wir haben definitiv den Damage. Und wir haben jetzt um einiges mehr Leben, ne. Der Ranger da am Nacken. Gut, kann er auch noch was anderes als Healtränke trinken, ey? Ja, der Ranger macht uns halt außer Distanz, ne, während er sich hier in Pots rein kugelt. Das Ding ist bloß, er braucht Aim. Ich nicht. Nur ich hab Fehler gemacht. So stupide einfach. Ich glaube, wenn wir die ganze Zeit im Kreis, er kann nichts machen. Okay, aber krass, die haben wir auch gekillt. Ich hätte niemals gedacht, dass wir die killen können. So, ich gehe nochmal in Richtung Mana-Pumpe, aber ich glaube, dass wir die Mana-Pumpe heute nicht mehr machen, beziehungsweise auch heute nicht mehr schaffen. Oh, warte mal, ich habe gerade aus Versehen irgendwas rausgefunden. Man sieht es gerade nicht, aber warte mal, ich nehme mal kurz die Facecam hier weg. Warte mal. Back. Guck mal, da oben in der Ecke, dieser Totenschädel. Also das Linkste Leben war schon die ganze Zeit da, aber dieser Totenschädel mit dem Countdown. Ich weiß nicht, was der heißt, ja? Ob ich irgendwie kurz unverwundbar bin oder so? Warte, wir können es actually testen. Okay, ich bin nicht unverwundbar. Warte mal. Was war das? Auf jeden Fall, was ich gemacht habe, bin bei dem Schwein hier hingegangen und habe ich die Spirit-Belle benutzt. So, der Schrein hat wieder geantwortet. Dann ist das passiert. Dude, what the fuck? Ich meine, das ist cool. Bekommen wir jetzt irgendwie krasseren Shit, wenn wir die Leute töten hier? Weil das Ganze hält ja anscheinend auch nur für eine Minute an, ne? Oder bekommen wir jetzt irgendwas krasseres, wenn wir die töten? Oder haben wir, haben wir einen, ähm, einen Damage-Booster oder so jetzt? Okay, das ist cool. Spooky, aber cool. Das ist diese Belle, die wir letzte Folge gefunden haben. Die auch auf dem Thumbnail von der letzten Folge sein sollte. Okay, not bad. Okay, das ist, das ist cool. Passiert irgendwas, wenn das abläuft? Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber es ist noch drei Sekunden, noch zwei Sekunden, noch eine Sekunde und weg. Naja, passiert sonst nichts mehr. Okay, krass, keine Ahnung. Ich muss mich da nochmal reinlesen, was das für einen Sinn hat oder für einen Effekt hat oder whatever. Komm, wir lassen doch mal ein bisschen, ein bisschen Frust an den Spy-Creatures hier aus von gerade. Warte, der wird legit mit einer Attacke sterben. Pass auf. Nein, wir sind, ähm, wir sind gut dabei mit unserem Boomerang hier. So, wir machen ihn hier nochmal ganz fix weg. Zeck, ich liebe diesen Boomerang, ne? Deshalb ist Boomerang mein Lieblings-Item oder mein Lieblings-Waffe und Ranger ganz klar meine Lieblings-Klasse. Aber, Jungs, wir haben genug über diesen Boomerang geschwärmt, ja? Die Folge war definitiv intens und die Folge war definitiv ein reines Gefight und die Folge war definitiv geil. Alright? Also ich hab's zumindest sehr enjoyed da, den Boss zu machen und an die Growth ranzugehen und das Ganze da taktisch zu spielen. Hat auf jeden Fall fun gemacht und das gefällt mir an Cube World jetzt. Es ist nicht nur noch reines draufballern, sondern du brauchst wirklich Taktik jetzt und du musst wirklich Hirn haben so ein bisschen. Ähm, weil du halt nicht mehr komplett OP wirst so. Oder nicht mehr so stark wie damals. Aber ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch genauso gefallen wie Bier und dann, äh, sehen wir mal zu, dass wir nächste Folge die Mana-Pumpe versuchen. Aber ich glaube nicht, dass ich die Mana-Pumpe schaffe. Ich weiß es nicht. Wir geben dem Ganzen ein paar Versuche. Ansonsten würde ich wieder auf die alte Taktik ausweichen und, äh, erstmal andere Dungeons suchen. Wir haben ja auch noch hier, ähm, ne? Den Ring-Slot frei oder zwei Ring-Slots. Wir können auch noch Handschuhe finden, wir können auch eine bessere Chest finden, ein besseres, ähm, Amulett. Dass wir uns hier noch ein bisschen besser equippen, ne? Wenn wir überall so ein Equip haben, wie hier auf der Schulter und in der, in der Hand, so, dann, dann schaffen wir die Pumpe auf jeden Fall. Aber wir geben dem Ganzen nächste Folge auf jeden Fall mal einen Try. Und, äh, wenn nicht, verfolgen wir wieder den alten Plan. Aber das war's für diese. Danke fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!